Ich bitte nun die Kameraden, die seit 70 Jahren aktiven Dienst in der Kompanie leisten, zu uns aufs Podium. Als Ersten den Schützen Johann Bacher von der Antlassschützenkompanie B. Bayern Ried. Als Zweiten den Schützen Franz Bauer von der Antlassschützenkompanie B. Bayern Ried. Als Zweiten den Schützen Josef Zschwaller von der Antlassschützenkompanie B. Bayern Ried. Ja, sondern siehe ist ein sehr große!" Herr Leiner Name von der Antlam向, 40-h30 min Radio in der Kopenhagen und verabschiedet werden. Von Leine Nissen-GreOOO-1. Uni Nord Bla bible Reschzen.